ja hallo zusammen zur ersten folge von road to level 30 wir spielen league of legends in einem ja wie man sehen kann bot game mit dabei auch wieder der mangaboy 95 hier master yi und meine wenigkeit als garen pascal möchtest du auch die menschen begrüßen ich würde sehr gerne die menschen begrüßen hallo wundervoll das hast du schön gesagt ja wir haben uns gedacht wir fangen mal an mit league of legends road to level 30 gucken ob wir überhaupt bis level 30 kommen pascal hat das ganze schon mal gespielt ich im gegensatz absolut gar nicht also es kann sehr lustig werden wenn ihr das auf meinem kanal verfolgen werdet ich werde elendig fehlen so viel steht schon mal fest ach wir kriegen das hin das sagst du jetzt pascal du hast mich noch nicht spielen sehen vielleicht bin ich auch der über pro gamer und bin innerhalb von drei folgen auf level fünf jedenfalls wenn und ich gehen jetzt nach oben auf die top lane so ist es pascal hat mir sogar kurz vor dem spiel noch erklärt was die top lane überhaupt ist ich hoffe ich bekomme das alles geschissen probleme fragen warum unser einer mit spiele kein connect hat ja das frage ich mich auch weil gerade funktioniert ist noch aber vielleicht hat er keine lust ich habe nicht gelernt das spiel siehst du da fängt schon wieder der voll noob in mir an und versuch mit w r s d zu steuern klick mal auf den kleinen schock typen auf welchen kleinen schock typen was der hier vorne der da ah cool was kann ich doch und kauft dir die starting items alle was hast du als daten doran schielt health portion und warding totem er kauft dir alle drei ich muss auch auf bei klick nicht trocken hat sogar doppelklick drauf machen das sagte mir nachdem ich alles auf naja ist egal so jetzt kommt es mit mir mit wie kann ich dann laufen rechts fliegt ach rechts fliegt auch mit mit gott es wird so hart eskalieren ist das unser turm hier links rechts unser erster von drei ja mein gott du rennst so schnell gar gar nicht hinterher ich komme auch gleich oh gott was gerade umgedreht was los hier ja hier warten wir erst mal aber stellt kann man mit mir in den busch hier ich sehe keine gegner was man und moment war in der mitte ist bei uns irgendwie sowieso gerade keiner weil die beiden irgendwie afkar sind das ist auch sehr toll super also werden wir dieses spiel schon verlieren mal sehen wort gehen ja sag ich ja die gegner die gleich von töten und am besten ja letzten schlag also mit q w und e ja allgemein nach guck mal da sind welche nachfalt hast du Wir sind die Verteidigung! Unsere Minions! Hallo Minions. Das erinnert mich immer an... ähm, den Stirb-Typ. Wow! Ich bin verlangsamt. First Blood? Was? First Blood? Aaaaah! Was ist hier los? Was ist hier los? Ganz ruhig, einfach ein kleines Stück. Und von Lux weg, 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 weg. Du kannst auch ruhig deine Fähigkeiten machen. Ja, mit E und eher, ne? Oder? Ich hab doch... Ich hab doch keine Ahnung. Warte, du schlägst die gar nicht schlecht. Auf den Turm, auf den Turm! Auf den Turm, 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 auf den Turm. Oh, ich bin genau in das Load gelaufen. Nee. Wir kämpfen über die Kassel. Wir sterben! Oh, die sind Minions. Yes. Auf den Turm, auf den Turm. You have not learned that spell yet. Das geht mir ein bisschen auf den Piss. Weg jetzt. Weg, weg, sonst wirst du sterben. Obwohl, ich sterbe gerade eher. Aber ich kann mich ein bisschen fühlen. Das ist komisch. Egal was ich drücke, immer zeigt er mir hier an. You have not learned that spell yet. Das kann nicht sein. Du musst deine Punkte ja auch verteilen. Da unten, ne? Hast du schon was verteilt? Ach so. Boah. Ja. Gut zu wissen. Super. Toll, Pascal. Hab ich dir vor der Aufnahme gesagt? Ja. Ich hab sehr gut zugehört, wie du gemerkt hast. Bisschen doof ist, wenn wir zu Tritt sind, aber naja. Auf den Turm. Auf den Turm. Das macht den Turm glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Aaaaaaah. Auf den Turm. Woppsada. Jetzt hab ich gepennt. Das geht nicht. Ja, jetzt schädiert doch da. Ah, das wird lustig. Dieser Lux-Rott da hinten, der geht mir tierisch auf den Piss. Wir spielen gerade nur gegen einen, das ist nicht so gelöst. Ja, es nervt mich trotzdem ein bisschen. Ich habe gedacht, ich drehe mich da mal durch, das war eine ganz schlechte Idee, glaube ich, wenn ich es noch mein Leben angucke. Geh mal in Busch. Hey, Level up. Und drück mal B. So, warte. Ja, Recall steht jetzt um. Ja, und jetzt gehst du zu dem Shop-Pippen und kaufst du was mit den Alters. Und was? Was hast du da als Auswahl? Ages of the Legion. 200 Health und 20 Magic Resistant. Hier, Attack Damage, ich nehme das. Obwohl, nee, das kostet 3000. Ich habe doch gar keine 3000. Ja, aber du kannst draufklicken, da sind da so Unteritems, die du kaufen kannst. Ach so, 360 Longsword, 10% Attack Damage. Robbie Crystal, Health. Ich nehme mal Health mit für 400 und ich nehme mal für 360. So. Jetzt kommst du zu mir wie egal. Ja, ich bin auf dem Weg. Bin ich der Schnellste, aber... Warum nehmen wir das eigentlich nicht aus zwei Perspektiven? Weil ich kein Aufnahmeprogramm habe. Ach so. Ja, das stimmt. Du hast ja nicht mein Headset. Hört man wahrscheinlich gar nicht in der Aufnahme. Und weil ich dir nicht die Show stehen möchte. Danke, sehr freundlich. Bist du nicht so eine Laik-Ure wie ich. Attention Rohr, oh ich bin ein Idiot, ich habe aus Versehen D gedrückt. Jetzt leuchtet ich so komisch. Ja, das ist ganz gut, dann bist du schneller. Ich habe den Lux-Bot fast down gemacht. Ja, das ist ganz so schlecht. Der war gar nicht so blöd. Ich will den Lux-Bot haben! Ja, der lebt doch noch. Scheiße, Turb. Na, komm her, komm her! Ah, ich kriege ihn nicht mehr. Okay. Der Turm ist aber auch bald da. Der kämpft immer gegen die Minion. Geh mal zurück. Ja. So, geht. Alles gut, alles gut. Ich bin nur blöderweise voll in den Turm gelaufen. Weil die Minion zahle. Wenn du erst mal zurück bist, kannst du dir am besten Schuhe geholfen. Okay. Was wir tun, ist richtig. Ah, du schläfst dich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich war nur egal. Ich weiß es nicht. Ich bin nur auf, dass du die Brüte. Jetzt gehe kaputt da. Oh Gott, Lux-Bot ist wieder da. Aufwärts, aufwärts ich bin ja noch bei dem wenn jetzt sich hier versuche ich bin durch er kann man ein bisschen gegen die man jetzt es wurde und komm her da wollte ich zu viel mein gott was kannst du eigentlich sagt er der heute zuerst mal lol spielt einer muss ja das spiel voranklagen ja ich oder du ich greife jetzt den turm an scheiß drauf kommst du mal alleine da ja es war eine schlechte idee aber dann gehe ich in der mitte weil da ist ja niemand von uns der der füllen bis in die bitte mit da ist noch spott wieder war speller fiel fisch Hilfe, 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 Hilfe! Ich glaube, ich bin gleich tot. Ja, nein! Scheiße! Ach, Mist, aber ich war auch schon Low HP, davon ganz abgesehen. Ich habe auch vergessen, meine Zaubersprüche zu leveln. Shit. Mein erster Tod in meinem ersten Spiel. Hallo, du bist nach mir gestorben. Ja, das ist wahr. Ach, man stirbt nur öfters. Boots auf Swiffin, das kann ich mir noch nicht kaufen. Ich habe nicht genug, Doktor. Hier, 325. Ja, genau die Boots auf Speed. Das world needs hope. Du gehst wieder nach oben? Ja, ich kann wieder nach oben gehen. Ist mir egal. Ja, weil die sind jetzt bei unserem Turm da und machen den Tod. Ja, gut zu wissen. Dann gehe ich wieder nach oben. Wo bin ich? Da bin ich, hallo. Wo bin ich? Da bin ich, hallo. Lucks, bot hör auf, unseren Turm kaputt... Die haben schon... Ne, doch nicht. Falscher Turm. Sie hat mich kommen sehen. Sie hat mich kommen sehen. Ich bin gleich auch wieder tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Was war das denn? Verdammter Mist. Ich bin zu blöd für dieses Spiel. Normalerweise bin ich etwas besser. Ja, ich sehe dich ja nicht mehr, glücklicherweise. Aber ich gehe hier dauernd drauf. Dieser Lux-Bot, der ist einfach zu heavy für mich anscheinend. Wir spielen ja nicht auf Beginn, aber... Okay. So, wir knacken uns jetzt den Lux-Bot vor. Sehr gute Idee. Soll ich noch was kaufen vorher? Kauf, wenn du was kaufst, kannst du was. Am besten was mit Angriffschaden. Äh, da... Angriffschaden. Das ist Angriffschaden? Nein, das ist Health. Da ist Angriffschaden. Der Turm ist kaputt. Unser? Ja. Na toll. Gehst du jetzt auch noch oben? Ja, ich warte gerade hier. Dann hören wir sie gleich von zwei Seiten. Oh ja, so wie ich es gern hab. Was? Unser Turm ist noch nicht kaputt. Wo bist du denn? Okay. Ich stehe gerade alleine und werde wieder snared von der Nutte. Wieder raus. Ach, du standst im Gefisch. Na los! Ja, da muss man doch irgendwie hinkommen. Hast du sie geslamed? Ja. Ja. Jetzt fülle die Minions und fülle sie an den Turm. Ja, ich bin auf dem Weg zum Turm. Ich fülle, so lange wie ich stehe. Ah, ich muss da raus. Ich glaube, ich sterbe gerade. In der King's Name. Aber der Turm ist bald hinüber. Ich komme gerade noch mal zum Turm. Geh rein. Der Stuttgart wird weg. Wo ist er weg? Ah, 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 das war knapp, das war knapp. Ich brauche Leben. Fear not, I'm coming. Fear not, I'm coming. Das sag ich auch immer, was? Oh, Luxbot ist wieder da. Hilfe! Oh, fuck this game. Na ja. Das dritte Mal gestorben nach 15 Minuten. Ich würde sagen, damit können wir die Folge auch beenden. Das ist ein sehr gut gestartetes Projekt, also das kann echt was werden. Ja, ich glaube auch. Oh, jetzt ist unser Tarot auch noch kaputt. Na toll. Mit dieser Bombenmeldung würde ich sagen, verabschieden wir uns aus der ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.